Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video, mit dabei ist mal wieder Darkboy, abonniert den auch gerne mal auf YouTube und TikTok, Darkboy, achso ich hab 25 Metal-Sterne, ähm, ja wir machen euch die nur zufällige Skin-Challenge, Metal-Pass-Skin-Challenge, äh, ja, ich würd sagen, die sind imaginiert, die sind grüne Waffe, Gouda sind blaue Waffe, Eriza sind epische, der Ursprung legendäre und Dr. Strange sind nur mythisch und exotisch, Ich mach, ähm, also Blowskin, Aura, Aura in blau, weil das Blowskin ist, also das zählt auch, und nochmal Aura. Okay, wir machen das Ganze jetzt mal auf zufällig, wie macht man auf zufällig, äh, ich bin lost, wie macht man doch mal auf zufällig? Warte kurz, Leute, ich mach mal einen Cut. So Leute, was haben wir eigentlich für Skins? Ich, ich weiß nur nicht so genau. Ja, okay, ich, ja, das war es komplett. Äh, er hat graue Skins, ich hab goldene Skins, ich glaube, wir werden gleich wieder kassieren, um auf die Schnauze zu kriegen. Er hat zwar gefühlt alles, er hat zwar direkt Waffen, also Dark Boy, du hast zwar direkt alle Waffen gefühlt, aber graue Waffen macht jetzt nicht so Damage und ich muss erst mal 10 Jahre nach goldenen Waffen suchen. Ja gut. Warte, ich lande hier außerhalb. Ich hab' eine Frage, warum hast du nicht eigentlich mit grünen Waffen angefangen, oder blau, Digga? Ich kann nichts dafür, das war ja zufällig. Das war random. Ich lande hier an der Tankstelle, weil da kann ich mir mit Gold gleich eine Waffe upgraden. Ey, ich schwöre, du wirst es niemals schaffen, Digga. Ach, schade, dass du mich hier beleidigst. Ich kann euch vielleicht helfen, also ich kann nicht helfen. Okay. Sagt der ja nicht. Ich hab gleich eine goldene Waffe. Wo bist du gerade? Ja, ich bin hier an der Tankstelle, weil hier gibt es so einen Upgrade-Stand, da kann man eine goldene Waffe upgraden. Ja. Ey, hoffentlich geht mir Dr. Sloan sich nicht auf die Eier. Ey, Digga, du verschwindest ab dein Geld, ja? Egal, egal, Season ist doch eh bei uns vorbei. Für den Zuschauer mach ich das noch. Äh, was hast du gesagt? Ja, Heel darf man natürlich nehmen, klar. Digga, ich hab noch keinen grauen Waffen gefunden. Alles ob. Komm her, ich hab graue AK. Äh, danke, Leroma. Ja, hier. Ey, du seid zu tanken. Okay, danke. Ja, ich sag dir echt, ich hab gleich eine goldene Waffe, ne? Gar kein Ding für den King hier. Gar kein Problem für mich. Perfekt. Guck mal hier. Also. Guck mal hier. Jo. Krass. Guck mal hier, ich hab Waffen. Oh my God. Okay. Darf mal eigentlich Luftballons gesetzt? Aber Items, Rift und so, wo Luftballons darf man alles benutzen. Ich hier leg auch, ja klar. Okay. Na, ich glaub, ich mach ja noch eine bessere Pump. Okay. Ich wollt mir erst die, ich wollt mir erst die, ich wollt mir erst die AK, ich kann kein Deutsch, ich wollt mir erst die AK upgraden, aber, hm. Nein. Mein Gold reicht nicht. Lost. Okay, du musst den Arm, du musst das Ding lassen. Ja, aber ich töte damit niemanden. Aber wenn ich, naja, ich packe die mir ein Zelt für eine andere Runde. Guck dein Video, ich mach damit nichts. Aber ich will ihn jetzt nicht droppen, das tut weh. Ah, du musst leider. Naja, ich darf die auch ins Zelt packen, natürlich. Okay, nur für kurz und fertig. Du hast zwei Minuten Zeit. Willst du, dass Gold macht? Ja, ja. Nee, nee, ich mein damit. Warte, wie viel Gold bräuchte ich noch? Keine Ahnung. Naja, ich benutze die Waffe nicht. Ich packe die in mein Zelt. Aber wenn wir jetzt verkacken, machen wir vielleicht noch eine Runde. Dann hab ich vielleicht epische Waffen. Verstehst du? Ja, verstehe, verstehe. Aber guck mal. Du darfst dich kippen, okay? Ja, ja, safe. Du darfst auch goldene Waffen am Nudel nicht benutzen. Ey, ich darf keine goldene Waffen was nehmen. Okay. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Ah, hier liegt Good Healing. Hier ist ein Biggie für dich. Aber graue Waffen sollt nicht so schwer sein zu finden. Ja, das ist eine Kachie. Wie kannst du dich töten? Ja, ich habe eine Pistole und nutze eine Stachelmaschinenpistole. Stachelmaschinenpistole, nice. Die ist eigentlich gut. Naja, geht. Ich fliege jetzt zu Ludwig. Ich habe besser Deutsch, Bruder. Ja. Es gibt nicht wie das, als ob hier kein Zelt ist. Oh, was habe ich denn hier, nice. Was? Das haust du wirklich? Ja, natürlich. Aber du dürftest es eigentlich auch nehmen, weil es ist ja keine Waffe, es ist ja nur ein Item. Ja. Hier ist ein Biggie, wenn du willst. Hier. Okay. Okay, bist du bereit, die Gegend zu töten? Nein. Okay. Ich bin mir Fisch. So. Okay, let's go. Ich gehe jetzt hier in die Stadt. Zu der neuen hier. Zirkollidee oder wie die heißt. Ja, das ist die neue Stadt gewesen. Hier könnt ihr. Ja, ja. Seid. Ja, ja, hier soll ja Doomsday oder so werden. Wie folgt ihr das? Hier ist das, was wir letzte Runde brauchten. Also im letzten Video oder so. Oder nee, im nächsten Video. Keine Ahnung. Achso, Gegner. Okay. Nice. Let's go. Ich komme zu dir. Sag Bescheid, wenn hier unten, wo das Held ist. Hier, mit Heilung. Oh, schön. Ah, da ist der oben. Okay. Ja, ich kann nichts machen. Ich will keine Waffe. Doch, aber nur diese, äh, Dings, SMG. Ja, ich weiß was. Ja. Nur da, Kampfwaffe. Ah, hier, der nervt. Aber warte, NPCs darf ich auch mit Pump killen. Oh, ich habe nicht gesehen. Der Boss, ich habe nicht gesehen. Der Boss, okay. Oh mein Gott. Ey, wie viel Luck kann man haben. Wie viel Luck kann man haben. Guck mal. Best, guter Upgrade. Ich habe Karma, gutes Karma. Hier, du die Dank. Kannst du dein Zelt packen auf Ehre, wenn du willst. Ach, du Scheiße. Ah, Hilfe. Wie kann man so ekel sein mit dieser Waffe? Dieser Gabler. Nein. Pack die in dein Zelt, wenn du willst. Okay. Ja, boin. Okay, chill. Chill deine Lage. Was brauchst du Max? Nein, ich bin zu unbehindert. Ich will die Max droppen. Hilfe. Warte hier. Ich habe selber keine Max. Shit. Hilfe, Hilfe. Okay. Ja, ich sag dir, ich verpiss mich hier. Und wo ist der? Ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt zu Loot Lake. Wo ist der? Er ist hier oben. Oben, bei dir. Okay, ich komme. Warte. Ist er bei dir jetzt? Ich komme. Dieser Peach. Lass sie in der Ruhe. Lass das. Ja gut. Aber wir haben noch drei Runden. Drei Runden noch. Ja, natürlich. Wir haben noch andere Farben. Nicht vergessen. Ja, warte. Du musst noch. Ganz farb. Du bist bereit. Ich war jetzt mal Cut. Ich bin bereit. Wie du willst da lang gehen. Ist gleich, Leute. So, Leute. Wo landen wir jetzt? Lass hier oder hier so landen wieder. Ja. Lass hier. Ähm, hier. Also, wenn wir es schaffen können. Okay, hier. Okay, okay. Ich darf nur grüne Waffen nehmen. Und du? Ich darf blaue Waffen nehmen. Nice. Das ist doch gut. Du bist perfekt, was die Waffen gerade angeht. Ja. Ich weiß. Blaue Waffen sind relativ stark. Und man findet die auch. Epische und goldene nicht so. Aber machen mehr damage als Grüne. Aber ist das gut, da zu landen? Ich glaube eher. Egal, lass da landen. Aber wir werden da Gegner landen. Ja. Ich denke, die meisten Gegner sind eher hier so. Egal. Da hast du recht. Weil der Bus ja nicht da rüber geflogen ist. Ja. Egal. Das ist unsere zweite Runde. Ja. Also round. Erste Runde haben wir direkt verkackt, Digga. Ich bin mit guten Waffen, Digga. Ja, ich lost. Einfach lost, Bro. Das ist einfach lost. Ja, aber muss auch dazu sagen. Also wenn ich aufnehme, spiele ich ja mit Controller. Und wenn ich links, äh. Nicht, oh mein Gott, nein, nein. Ja, okay, ist eh nur eine Scheiße. Ja, okay. So ist die Scheiße. Ja, man freut sich auf eine mythische Kiste, die wir eh nicht benutzen dürfen. Dank so einer Scheiße. Ähm. Ich würde sagen, natürlich, äh, Impuls. Ich hab diese Waffe. Ach, auch diese Scheiße. Äh, Impulsgranaten sind natürlich erlaubt, ne? Heilung, Mags, Munition ist natürlich auch alles erlaubt, Leute. Und ich würde sagen, dieser Bunsenbrenner ist auch erlaubt. Gegner, 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 ich bin sauer am Arsch. Ich würde sagen, ich darf hiermit auch jemanden töten. Arme noch ruhen, wird mich erschrocken. Kritisch. Als ob ich keine Waffe hab. Blau, 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 blau. Ah, okay, nice, hier liegt ne Grüne, perfekt. Ne AK. Keine Ahnung. Mit Controller spiel ich eh nicht so gut. Ausreden. Okay, alles gut, stopp schon. Okay. Ich hab ja die gleiche. Ja, ja, ja. Okay. Ich hab also nicht einen grünen Pond. Ah, nice, danke, Ihre. Dankeschön. Kiste, ja, direkt ein, ähm, Kip, G, Kippe, G, Kippe, äh, Kippe. Eine Kippe? Was? Ich hab ne Kippe bekommen. Ich hab ne Kippe bekommen. Ich schau, dass du mein Videos raus, das gibt eine Anzeige. Spaß. Ich rauche, Haram. Natürlich, aber manche machen es einfach. Haram. Ich will dem, wenn du willst. Haram, Sam, Sam, Haram, Sam, Haram, Sam, Sam. Nice. Ich höre irgendwo Kiste. Okay. Wo ist die Kiste? Vielleicht hier unten, warte. Ich hab' perfekten Loot. Aber kein, doch, ich hab' Peaky, aber so nicht. Mit Getapche, hab' ich ja da geshoppt. Hier oben, ja, hier, glaub' ich. Ja, ja, ja. Nice. Oh, wenn du die nicht benutzt, dann dürf ich Schleiber damit schießen. Ah, du dachtest, ja, stimmt. Nice. Sie ist so geil, die Milligan, ne? Ey, ich hab' einfach die besten Waffen. Ist so. Echt, ich hab' Gegner gehört. Okay. Mein Erd, mein Erd, mein Erd, mein Erd, mein Erd, Wo ist der Typ? Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Ah, hier ist er auch. Durch. Nice. Aha. Wo ist er? Warte, weg mit ihm, hab ihn. Der Grüne, was? So Glück hast du denn jetzt? Jawohl, äh, ja, okay, schluck die. Machen wir ein Kill-Duell? Ja, okay, lass machen. Wie viele Kills hast du? Ja, komm. Ich hab' einen. Ich auch. Okay. Ja. Leute, warum auch die wenigen Videos gekommen sind, in letzter Zeit? Wir waren ja auf Klassenfahrt. Ja. Ja. Also, nur du. Ja, ja, nicht. Leider. Okay. Also, er kann ja selber darüber sagen, er konnte und ich oder so, ich weiß nicht. Wie du willst, du kannst dir selber erzählen, warum du nicht gekommen bist, keine Ahnung. Lol. Lol. Ey, mein Mund tut immer sehr müde, egal. Keine Ahnung, warum. Okay. Ich hab' drei Biggies. Nice, ich auch. Zwei. Achso, ja, das sind meine. Ja, warte. Ich hab' so sechs Biggies schon. Bei mir. Okay, aber ich hab' auch sechs Southpacks. Irgendwie sind die? Hast du ein Biggie? Ich hab' drei, ich hab' fünf Biggies. Ja, okay, dann geb' ich die Southpacks. Sechs Stück. Okay. Okay, okay. Also, du musst nicht, aber wenn... Ach, hier ist noch ein Biggie. Let's go. Aber wenn du willst, du kannst dir auch erzählen, warum du nicht auf Klassenfahrt warst. Ah, ja, ähm, also, ich hab' vergessen, ähm, so ein Tilt abzugeben zu meinen Eltern. Und dann hab' ich Ärger bekommen. Also, du hast, glaub' ich, nicht den Zettel unterschreiben lassen. Ja. Ja, also verloren. Ja, ich hab' verloren. Und plus, ich hab' nicht bezahlt, deswegen. Ja, ja. Ja, weil ohne den Zettel kann man ja nicht bezahlen, sag' ich mal. Ja, dann hast du recht. Ja. Ja, ich hab' noch keinen Gegner, Digga. Okay. Äh, das ist ne, ähm, Ding da. Töt's schon drüber. Okay. Äh, weißt du was? Ich lass' die Biggie sehen. Ja, ich kann nicht mit mir sein, da. Ah, warte, lass' ich hier hin. Das Helikopter. Glaub' ich. Ja, warte. Also, ich flieg' dorthin, hier. So, Leute. Ja, auf jeden Fall Klassenfahrt. Es war schon eine Woche oder so her. Ich kann kein Deutsch, ich weiß. Aber, ja, ich hab' Helikopter. Aber, ja, ich hab' Helikopter. Auf Ehrenlos kann ich dich auch nicht mehr nehmen und mir die Kills holen. Spars' ich nämlich auf Ehren mit. Bist du? Ja, okay. Uh-ha. Was ist das gemacht? Geriftet. Mit Heli. Äh, ich schwimm' also nach oben. Okay. Okay. Guck' her. Guck' her. Mach' jetzt Glastausbruch. Kalas. Was? Ja. Warte. Warte, wurde die grad geschossen? Nein. Ich dachte grad, das ist ein Dings Schuss. Aber das ist Dings. Ja, bestes Deutsch. Das ist Dings Zipline. Aber warte mal, sind da Impulskranaten? Warte. Ich bin kein, ich bin so ein Idiot. Ich bin kein guter Pilot auf jeden Fall. Das ist C4, ja, C4. Ja, fahr' du, wenn du willst. Nice. Kann ich schießen, ja. Manchmal kann man auch gar nicht schießen. Das ist so abfackend. Das nervt richtig. Ey, ein Racket ist tot, Digga, tot. Ja. Ja, ja, stimmt. Ah, da fliegt der Gegner. Mhm. Der Gegner fliegt hoch und... Sindst du ihn? Nee, wo? Ach, da, da... Ich glaub, ja, er hat ihn gesehen. Ey, der haut ab. Ey, dieser 31er. Hast du ihn gestoppt? Nice. Boah, ich fand, ich hab's die Wache ausschossen. Keine unschuldige Menschen hier treffen. Hat der Jumppad gebläst? Okay. Wo ist der Typ hin? Ey, ich will mal diese Eier-Wache anschießen. Also nicht Eier-Wache, egal. Oh mein Gott, der Idiot. Der schreckt gar nichts, wo ich bin. Clean Man, motherfucker. Hier ist ein Revolver. Ha, dieser... Geh mir auf die Eier hier. Geh mir... Geh mir so auf den Keks, diese Dinger. Da pisst du nicht, Drecksfiecher. Was? Diese Dreckswachen, die mir so auf die Nerven. Ich denke mal, das ist der Gegner. Auch wenn die mir nichts getan haben. Bam, bam, bam. Warte mal, komm mal her. Wo bist du? Ja, weil ich die angegriffen habe, weil die mich nerven. Komm her. Sorry. Ja, ich habe ja zwei hier oben getötet, weil ich dachte, das sind Gegner. Wo sind die Minis? Ne, ich habe keine Minis. Schau dir, du dich aufpickst. Nein, ich habe nur die Minis gesehen, also irgendwo. Ah, okay. Der hat so richtig angst, der hat so gegittert. Okay, Darkboy, du kennst doch GTA RP, oder? Ja, ja, natürlich. Wenn du willst und wenn die Leute wollen, wollen wir mal Fortnite RP machen. Ja, das ist einfach. Wollen wir machen mal? Also heute nicht schon, aber... Ja, du willst. Also Leute, hier ist auch Helikopter, wenn du willst, damit der ist fast kaputt. Also Leute, schreibt auf jeden Fall... Ja, passt auf, Gegner. Also Leute, schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr für Robley sehen wollt. Ich weiß es nämlich nicht. Das ist nämlich das größte Ding. Ich sehe es nicht, ich kann nicht für Vergegnung. Nice. Bam, der Checknicks, mein Sohn, oder? Ohala. Nein, nein, ich habe ihn noch gelockt. Ach, nee, scheiße. Pass auf. Auf jeden Fall, Leute, ich weiß halt nie, was ich für Videos machen soll. Danke an Darkboy, dass er mir hier hilft bei den Videos. Weil... Mit Darkboy... Also Leute, ich habe nie Freunde. Ich weiß, ich habe schon Freunde, aber... Ja, wenn halt niemand online ist, ich weiß dann nicht, was ich allein aufnehmen soll. Das ist dann langweilig. Ich habe ja einmal gemacht, toll, King Bang, aber ja, kann ich das auch schon jeden Tag bringen. Ja, auf jeden Fall, deswegen... Ja. Schreibt mal Ideen, was ich so machen soll. Danke, Bruder. Was denn? Dankeschön. Wie viele Abonnenten hast du denn? Auf Hauptaccounts habe ich ungefähr 150 oder so. Ungefähr über 100 bis hin. Und auf meinem zweiten Accounts, da habe ich, glaube ich, ein paar 30 Abonnenten. Was? Was? Mehr als ich? Ja, ja. Wie viele hast du auf TikTok-mäßig, oder? Ah, ja, ja. Wie viele hast du da? Also, ich glaube, da passt die 1K. Stabil. Nice. Macht immer die 1K voll, Leute. Aber ich glaube, fast die, äh, komm mal, ich glaube, fast, ich glaube, fast, ich glaube, fast, um, 1K Likes auch. Nice. Gut, stabil. Und wie hast du? Auf TikTok-Kerl, 200 Follower oder 230, keine Ahnung. Ja. Oder irgendwas, aber ja, oder? Ah, ja, danke, ja. Danke. Nice. Komm, wir gleich mal her, ich habe es auf Packs noch. Für Queen Life. Ja, hast du schon. Ja, ja. So, warte. So, hier, hier, hier. Warte. Jetzt habe ich keine mehr, egal. Ja, ja, ich bin schon. Okay, okay. Oh, ja, Leute. Okay. So, ich würde es eigentlich sagen. Ja, keine Ahnung, Leute. Schreibt Ideen in die Kommentare. Ich weiß halt nicht, was ich machen soll. Aha, Giga. Hallo, Giga. Ich fühle mich in der Runde rasieren. Ich bin ein bisschen mehr. Pula, weil, ey, das ist so scheiße. Ja, okay, warte. Scheiße. Ah, Hilfe. Nein, ich bin zu dumm. Was mache ich? Ich komme, ich komme. Der hat Angst, der geht weg. Ja, natürlich hat er Angst vor uns. Normal. Komm her. Kannst du schaffen? Ja, komm. Danke. Ja, alles gut. Ich lasse hier keine Brüder im Stich. Ich lasse meine Brüder nicht im Sturm fallen. Okay. Jobhead. Nice. Gut. Nice. Es ist ein gutes Duo. Pass auf, der ist hier nicht. Der wurde vor meiner Schnauze gesniped. Der wurde vor meiner Fresse gesniped. Ich werde keinen großen Tönen spucken. Ich werde gleich gesniped wahrscheinlich. Ich nehme jetzt Minis mit. Wie viele sind das? Sechs Stück. Okay. Ah, komm her, komm her. Hier. Ah, okay, okay, gut. Okay, okay. Hier sind auch welche. Wenn du die Trinkskasse, die noch mitnehmen. Pass auf, der snipe welche von Westen. Okay. Hier ist auch jemand. Pass auf. Ja, ja, stimmt, danke. Oh, yo. Alla weitbar. Terroristen sind das. Ja, halt dich. Ja, die sind Terroristen. Ja, schwach. Ja, ich habe keinen. Ja, danke. Ich gehe hier in den Keller. Wahrscheinlich ist das Keller. Egal. Ja, wie gesagt, rund vor dem Westen. Komm hier runter. Ich bin tot, ich bin tot. Ich muss mich verpissen. Sorry, ich muss mich irgendwie so fallen lassen. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ja, danke. Danke schön, Ira. Willkommen. Warum in Queen life? ja okay ich verpiss mich gut ja ich bin immer so gegen du gefühlt ich muss leider nicht nach der runde auflegen die ich nicht besitze ja aber auch nicht kontrolle also auf joysticks auf normale konsol haben kann ich besser editiert ja so ich kann eine karte die schule bezeichnen ich hab hier so war tics er geht nicht aha hallo gegner und da ist es geht ja tschüss leute das war's mit dem video das gerne like und ab und ab und ja tschüss willst du was sagen er erwöhnt mir ja und create the code as yoda ist yoda sitachi peace out hadik tschüss